Hallo, das ist Dosischen hier. Willkommen zurück zu Let's Play Rayman Origins. Fiese Früchtchen war unser Level, das uns jetzt in Folge 30 anguckte. Hallo Level, hast du mich angeguckt? Hast du mich ja angeguckt? Ich hab dich auch anguckt. Mh, die Musik ist ja schon wieder so nett. Wo ist mein Herz hin? Was? Ich verstehe nicht, wie ich da oben hinkommen soll. Was? Warum aktivierst du dich denn nicht? Ja. Ja, ist gut, ist gut. Autsch. Ich hatte ganz vergessen, dass der Feuer spucken kann. Ja, 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 ja. Lums. Ich bin klein, ich bin klein. Ich finde die Früchtchen hier gar nicht so fisch. Und, was ist hier? Oh, geheimnis. Okay, ähm, äh, der Warp. So. Wo muss ich denn hin? Hier anscheinend, ha? Und? Oh, okay, wo muss ich jetzt hin? So, so, hier hin. Okay, das war dumm. Ich wollte die Sachen einfach nur kaputt machen. Okay, okay, das kriegen wir schon hin. Auch wenn mich das gerade etwas sehr verwirrt. Ja, so kriegen wir das garantiert hin. Ich glaube, das wird ein sehr, 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 sehr langes, nettes, ergiebiges Level? Fragezeichen? Okay, landen. Wir springen. Und runter von ihm. Runter von ihm, Rele. Genau, ihn kaputt hauen. Dann hier runter, hier durch. Und da hoch, genau, weiter geht's. Ah, so geht das. Versteh. Wow. Das war nicht mein Plan, aber... Schon, aber hey. Das war tatsächlich echt, bin so verwirrt. Es hat funktioniert. Seid mir, es hat funktioniert. Das reicht doch, oder? So, dann gucken wir mal. Sollen wir hier einen Speicherpunkt? Kann ich dich bitte aber töten? Ich will mein Herz wieder haben. Danke. Weißt du, wo bin ich denn jetzt? Ach so, hier. Ah! Sie hüpft. Ich bin tot. Was? Wieso hüpfen die denn auf einmal? Die hat doch vorher auch nicht gehüpft. Das ist doch... Das ist wie erisch. Okay. Was ist hier? Ach, ich muss hier so hoch. Ich dachte gerade, ich hätte was toll Cooles entdeckt oder so. Okay. Okay, hab noch alle bekommen. Okay, ich hab zwar mein Herz verloren, hab ich aber alle bekommen. Oh, kann ich noch mal zurück? Ich will was nachgucken. Ich meine, jetzt hab ich da eh gesprächert, aber... Nein, das ist okay. Gebt mir diesen Lums! Münze. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Nein, wie krieg ich das denn jetzt alles hin? Lass mal diesen Lums hier holen dann. Hier oben die Münze holen. Genau. Dann mach ich... ...das hier. Oh. Gibt's mir noch mehr? Da komm ich nicht mehr dran. Okay. 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 Ganz ruhig, ganz ruhig. Lass mich... Okay, Münze. Erst die Münze. Hauen wir erst die Münze. Münze geholt. Lumme geholt. Okay. Lumsie, Lumsie. Das braucht ich. Ich darf sie also noch nicht töten. Was hast du denn für Krach gemacht, Schatz? Was war das? Du hast genießt. Hat sie in Gott erzählt, dass du irgendwas kaputt gemacht, ey? Ich hab das hier grad voll verkackt, Mann. Ah, Mist. Weil ich so irritiert war jetzt. Dumpf. Dumpf. Hab ich das gerade kackt? So, den hab ich geprügelt. Die sind rutschig. Nein, nein, nein. Ah, nein, 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 nein. Es war alles so gut, da bin ich geplutzt. Geplutzt. Ja, okay, reicht. Wow, muss Prioritäten setzen. Okay, jetzt will ich erst mal, dass die Kleinen verschwinden. Genau. Nein. Ich will da runter. Ich hab die Münze. Ich hatte die Münze. Ich verbessere mich. Ich hatte die Münze. Okay. Kleinen sollen weg. Okay, anders. Ich mach das anders. Komm her, groß. Ja, genau. So, jetzt hab ich auch das da weg. Äh. So. Und so. Jetzt. Brauch ich dich. Bäh, ich sagte, ich brauche dich. Nicht, du sollst mich flambieren. Das ist dein Unterschied. Ich weiß nicht, wieso klappt denn das nicht mehr. Komm mal her. Ich brauch mal deine Hilfe. So. Na, okay. Besser als das letzte Mal auf jeden Fall. So. Noch irgendwelche, die ich übersehen hab? Nein, ich glaub nicht. Hier? Oh Gott, ja. Ja. Eins, okay. Eins hab ich noch bekommen. Eins ist gut. Eins ist gut. Ja, aber was? Woran bin ich denn jetzt gestorben? Ich hab's nicht gesehen. Okay. Ich muss... ...mir dafür eine andere Taktik überlegen. Für da hinten. Hey. Gib mir das. Okay. Das war dumm. Okay. Ich krieg dieses Level nicht durch. Nicht in dieser Folge. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass ich das nicht schaffe. So, ihr könntet jetzt gehen. Genau. Was tut ihr da dann auch? Ich warte, bis das Ding verschwunden ist. Sehr gut. So, jetzt bräuchte ich die... Hallo. Sehr gut. Okay. Hier draufbleiben. Hier draufbleiben. So. Okay. Okay. Ich hab zwar diesmal nicht ganz so viele bekommen. Was soll's. Okay. Was brauch ich hier für eine Taktik? Ich hab das jetzt aufgemacht. So. Jetzt will ich das hier haben. Okay. Was ist das? Achso. Da ist es der Abgrund. Okay. Verstehe. Äh. Ja. Das ist jetzt... Irgendwie unpraktisch. Oh Gott. Wie mach ich das denn? Wie mach ich das denn? So mach ich das. Und dann kann ich mir das hier oben auch noch holen. Und dann... Okay. Geschafft. Dann kann ich... Hier die noch holen. Und... Ja. Und raus hier. Raus hier. Raus hier. Raus hier. Schweicher. Danke. Okay. Okay. Ganz ruhig. Mhm. Ja. Du trötest mich eine Runde. Okay. Geheimnis. Okay. Hallo. Was? Achso. Verstanden. Ja. Das hab ich sehr gut verstanden. Achso. Ver... Äh. Tod. Ich hab's schon verstanden. Ich hab mich grad nur ziemlich... ...angestellt. Ja. Komm. Ich will mein Herzchen schon behalten. Mh-hm. Okay. 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 Ich bin tot. Shit. Ich komm mit dem Ding nicht klar. Ich... Wow. Was? Warum bin ich hier so... What? Oh. Das... Das ging... Besser als vermutlich. Warte. Na, komm. Ja. Danke. Das war halt irgendwie leichter als gedacht. Komischerweise. So. Wir haben die Elektronsbefreiheit. Wir... Landen. Das bringt uns jetzt was. Ich hab keine Ahnung. Oh. Du bist eingeklemmt. Das sieht man doch gerne. Eigentlich. Verdammt. Jetzt... Jetzt... Jetzt will ich das Ganze nochmal... Ich verstehe... Ich verstehe nicht, wie ich das hier sinnvoll machen kann. Ja. Jetzt... Jetzt bin ich geplatzt. Wie kriege ich das Ding denn da weg? Ach, ich kann so nur hoch. Okay. Okay. Nee, so nicht. Was? Wie kriege ich dich denn da weg? Ich muss erst... Das hier kaputt machen. Dann muss ich hier rüber. Jetzt warte ich halt mal kurz. Jetzt kommt sie mir trotzdem hinterher. Du bist ja vielleicht nervig. So. Dann hab ich die Große schon mal ausgeschaltet. Okay. Ah! Kleiner. Okay. Tröte mich. Tröte mich und... Erb! Was ist auch dafür, dass ich lebe? Aha. Ich werde mich töten müssen. Ja. Okay. Okay. Ist okay. Ist okay jetzt. Wie mache ich das denn? Wenn das Ding mich bumst... Dann... Ja, verstehe. Na komm. Ich weiß, dass du das kannst, Raymond. Raymond, ich muss mich doch jetzt töten können. Raymond. Töte dich. Und... Danke. Ich brauch diese Münze. So. Jetzt da hoch. Okay. Okay. Okay, das war eine dumme Idee. Wie mal hab ich das denn gerade eben gemacht? Mann. Ich weiß es nicht mehr. Ich hab dir erstmal den Weg freigemacht, nehm ich mal an. Und hab mich nicht zu platzen gebracht. Ach, ich lerne das nicht, dass ich mich hier hoch muss. Und jetzt hab ich ihn dir verdammt nochmal an den... Woran bin ich jetzt gestorben? Ach ja, richtig. An der... An dem Sauerstoff, wie immer. An dem... An dem bösesten Stoff der Welt. Sauerstoff. Ist... Sauer. Das hört man ja schon im Namen. Ihr hängt da. Das finde ich doch sehr gut. Was ist das für mich? Heißt ihr beiden Tuteltäubchen? Heißt für mich, ich kann hier rum smashen. So, dann seid ihr wieder frei. Das... Ich lege nur wieder den Lump da. Ich will einfach nur sicher weiter. Und jetzt gleich die Münze irgendwie bekommen. Komm. Jetzt ist sie schon wieder weg. Was? Wie soll ich das denn machen? Wie hätte ich das denn machen sollen? Krieg ja nicht mal die Dinger hier. Okay, wisst ihr was? Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Auf. Aufgefahren, dass es nicht reicht. Okay. Okay. Okay, wir... Wir regeln das. Wir sind Rayman. Und was ist hier oben? Münzer. Perfekt. Da ist noch einer. Jetzt nur die Frage, wie komme ich... Höhö. Denn an die dran. Ich bin lebensmüde, glaube ich. Aha. Okay, wie komme ich denn da dran? Ich komme da jetzt gar nicht mehr dran, ne? Ich habe es mir gerade kaputt gemacht. Hm, vielleicht... Nee. Ja, so komme ich da auf jeden Fall nicht dran. Hä, wie kriege ich denn die Dinger hier weg? So, lauf. So. Das kann ich kaputt machen. Das kann ich kaputt machen. Das kann ich kaputt machen. So. Perfekt. Münzer. Okay. Die Münze ist also geholt. So, was passiert jetzt? Du kommst ja immer noch nicht raus. Wenn ich das mache, dann ist... Du kommst jetzt aber raus, ne? Na, komm. Perfekt. Ach, komm. Danke, Rayman. Pass auf, die Münze reicht. Für 300 Lums. Ich gehe weiter. Äh. Fast schon richtig. Ich sollte mich vielleicht aber nicht in den Tod stürzen. So, und einfach hier warten, bis es sich jetzt selbst in den Tod stürzt. Ja. Tschüss. So, wir haben alle Käfige. Wir haben genug Lums für alle Lumen-Elektuns. Wir müssen die Zeit doch holen. Okay. Aktueller Stand. Und... Und... Bop. Juhu, ich bin ein Elektun, du hast mich befreit. Und weiter geht's. Und... Bop. Juhu, ich bin ein Elektun, du hast mich befreit. So. Zurück zur Lichtung der Träume. Das ist doch schön. Fiese Früchtchen. So. Oh, das ist ein Dings-Level. Eisangel. Sause. Ja, das hört sich doch schon mal nett an. Ein Kisten-Level, darauf freue ich mich ja schon das nächste Mal. Hahaha, fast. Schon ein bisschen. Wie viel Zeit habe ich denn? Zwei Minuten. So viel. Warum so viel? Warum? Warum habe ich so viel Zeit? Warum? Äh. Äh, Moment. Ah, ich muss runter. Haha. Ich muss runter, ich Idiot. Ja, ja, ja. Okay. Raymond, Raymond, hoch da. So, du Kocko. Hilfe. So, perfekt. Bäh. Weiter, weiter, weiter. Raymond, lauf doch. Ja, fast schon gut. Fast schon ein bisschen. Okay, pass auf, ich probiere das jetzt noch ein einziges Mal und dann verschiebe ich das auf das nächste Mal. Hopps, 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 hopps. Komm, mach kaputt hier. Mach randale, Raymond, randale. Äh. Nein, du sollst dich da hoch, du sollst da unten, da auch, du Kocke. Ja, ja, ist gut, ist gut. Hoch da, hoch da, hoch da. Wow. Ich schneide gerade noch schlechter als gerade eben. Ist nicht gerade auch genauso schlecht. Das ist sehr fair gewesen. Ich konnte da auch sehr gut raus. Leute, wir sehen uns da das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.